Ist das das Amaya-Video? Dann wollen wir mal gucken. Amaya über... in einer Analyse darüber, warum sie halt gemessen an ihren Kollegen, Finessi, Lillischurte und so weiter, jetzt halt weniger Erfolg zu haben scheint. Aus welchen Gründen? Ich weiß selber nicht, was da jetzt auf mich zukommt. Seid ihr bereit für emotional Amaya? Okay, sie hat ein neues Gate, das sehr... Wieso bin ich gebannt? Smergol, du bist nicht gebannt. Penitent ist auch... Hä? Warum bin ich gebannt? Schreibt Smergol im Chat. Willst du nicht schreiben? Ja. Merkt ihr, dass ein neues Gate? Das ist merkwürdig. Das ist natürlich erst separat. Nee, tatsächlich nicht. Das ist eine gute Idee. Also man weiß schon vorher, dass man weinen wird. Das ist für mich ziemlich choreografiert. Sorry. Also... Ihr wisst, was ich meine, ne? Ohne es böse zu meinen, aber das... Sieht sehr schlecht geschauspielert aus. Oder was heißt schlecht geschauspielert? Es sieht sehr gewollt aus, ne? Sehe ich anders. Ist vollkommen okay, dass du das so siehst. Eine Frau oder ein Mann? Ich bin eine Frau. Ein bisschen zu viel Testosteron in meinem Leben abbekommen. Das ist... Deswegen ist meine Stimme so tief. Also. Ähm. Ja, dieses auf Kommando drehen oder auf Druck drehen, ne? Nur weil man sich selbst kennt und absehen kann, dass man weinen wird. Da ist nichts automatisch geschauspielert. Aus meiner Sicht. Okay. Wir werden sehen. Vielleicht irre ich mich auch. Hey, hey. Meine Meinung oder mein Eindruck ist nicht in Stein gemeißelt. Ich bitte euch. Ich hab ja so ein paar Konditionen, ne? Also. Ich finde übrigens auch in solchen Streams solche Fragen wie Bist du Mann oder Frau? So was würde ich als Amaya gar nicht mehr beantworten. Was soll der Scheiß? Wenn man sich wirklich dafür interessiert, Amaya klingt jetzt nicht wirklich männlich. Man sieht Amaya. Ja. Obviously. Man könnte auch in den Infos gehen, Kanalinfos und so weiter. Ich würde darauf gar nicht antworten. Das ist... Ich bin eine Transfrau. Ich bin autistisch. Ich hab ADHS. Und... Das ist auch immer wichtig. Nochmal, Tage später hat sie Carl geradet. Auf Wissen hin und Seite bekommt sie Support von Carl und hat nur 170 Abos. Ist doch gut. Wenn die eigene Bubble jemand supportet, ist doch genau das, was erstrebenswert ist, oder? Ähm... Smeergold, ich kann dir das super, ich kann dir das super gerne erzählen. Ist grad nicht der Zeitpunkt, ne? In einer Stunde vielleicht. Dann, äh, dann klär ich dich gerne auf. Hau ein Follower aus und dann, dann guck später nochmal rein, okay? Wir haben jetzt gerade ein anderes Thema. Ja, das mal wieder. Sehr gerne ist Meryl, ne? Also, das hier ist ein... Ich klär sehr, sehr gerne auf, das ist jetzt gerade nicht der Zeitpunkt. Ich hab gerade ein Thema. Sich da reinzudrücken, ist ein bisschen unangenehm. Aber das ist bestimmt nicht der Absicht gemacht haben. Ja, ich find's so unnötig. Bist du Mann oder Frau? Sorry. Ganz egal, was du von dieser Person hältst, aber nein. So. Ich find das auch respektlos. Ja, die ist doch cool. Und... Finde ich gut. Finde ich gut. Es gibt eben viele Aspekte in meinem Leben, die... Also, es gibt verschiedene Faktoren in meinem Leben, die bestimmte Aspekte meines Lebens beeinflussen. Und das schon immer haben, ne? Also, es gibt eben, wenn ich zum Beispiel Rückblicke auf mein Leben und Situationen, in denen ich, keine Ahnung, von meinen Eltern oder von LehrerInnen Ärger bekommen habe oder sowas. Und dann, wenn ich das jetzt von heutiger auf geklärter Sicht sehe, weiß ich, das ist ADHS und das ist Autismus gewesen. Und ich hatte viele Situationen in meinem Leben mit anderen Menschen, wo ich die persönliche Interaktion eben, wo ich immer auf... Wo ich immer auf Probleme gestoßen bin. Leute, ich mach mal... Das, was ich anmerken möchte, ist, ist, wie gesagt, immer auffällig, dass gerade die Personen, die immer vor der Kamera sind, sehr viele Auffälligkeiten vorzuweisen haben. Krankheiten sind... Es sind Krankheitsbilder. Es sind Krankheiten. Aber versucht man dann irgendwie einen Zusammenhang zu bauen, die Aussagen, die du bringst oder das Verhalten, das du an den Tag legst, das muss ja zurückzuführen sein auf deine und dann ADHS, PTBS oder was auch immer, dann heißt es, ey, pathologisiere nicht. Ich finde das immer super schwierig. Man selbst darf nicht irgendwelche Rückschlüsse auf irgendwelche freigeäußerten, freikommunizierten Krankheiten machen. Selbst aber nimmt man immer wieder die Krankheiten fast schon als Vorwand, fast schon. Ich bin vorsichtig, ja. Aber ich finde es immer leicht zu sagen, ja, weil, ja, deswegen. Ich bin kein Freund von, die anderen sind schuld. Bin ich kein Freund von. Ich ändere mal kurz die Kern. Sie hat auch sehr viel selbstdiagnostiziert. Ja, damals in diesem einen Gespräch hat sie selber gesagt, diese... War das ADHS? Ich meine, ADHS hat sie quasi über die erste... Die erste Selbstdiagnose lief irgendwie über TikTok. Da hat sie Videos gesehen und da hat sie gesagt, hey, Moment mal, diese Punkte treffen auf mich zu, also könnte ich das sein? Es geht darum, dass man keine Dritte diagnostizieren soll. Ja, nein, wer spricht das wem ab? Vor allem Leute, die maßlos die Grenzen überrennen, wenn es um die Persönlichkeit, um die Privatsphäre und die Persönlichkeit von gegenüber geht, aber dann gleichzeitig sich hinstellen und sagen, hey, du darfst mich nicht diagnostizieren. Oder, 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 ne? Das ist, ach, nee. Nein. Ich kann dir keinen Respekt entgegenbringen, wenn du mir keinen entgegenbringst. So funktioniert das im Leben nicht. Nirgendwo. Nicht im realen Leben, nicht im Internet. Nirgendwo. Ein bisschen puristischer gehen. Und, ähm, als ich dann rausgefunden habe, dass ich autistisch bin und was es damit auf sich hat, haben ganz, ganz viele Situationen in meinem Leben plötzlich Sinn ergeben. Also jetzt nicht für mich persönlich, weil ich finde es relativ sinnlos, aber es ist halt ein Me-Ding. Ähm, aber es hat die Sachen auf jeden Fall gut erklärt. Und, ähm, und, ähm, und als autistische Person, und eben auch als Frau werden halt viele Dinge in deinem Leben immer runtergeredet. Und es wird halt immer gesagt, nee, das ist nicht der Fall, du hast keine Ahnung und das wird schon nicht so schlimm sein. Daran wird es nicht liegen. Und mit einem der Dinge zu struggeln wäre schon genug. Aber es ist eben ein ganzer Batzen und ich denke, der Faktor, der mich sozial halt am meisten struggeln lässt, ist Autismus. Weil man sich als eine autistische Person in einer Gesellschaft, die nicht autistisch ist, immer ausgeschlossen fühlt. Aber ich kann den Finger nicht drauflegen. Ich weiß nicht, was es ist. Na, ich weiß nicht, was es ist. Ich habe das Video, by the way, noch nicht geprewatcht. Also ich weiß nicht, was da... Ich habe so einige Ausschnitte gesehen. Ne, ich lasse es normaler Geschwindigkeit... Ich kann jetzt nur für mich sprechen. Es hat einen Grund, warum. Aber ich kenne eben die Perspektive von vielen autistischen Menschen da draußen. Und es fühlt sich halt so ein bisschen an. Als würde man daneben stehen. und allen anderen Menschen dabei zuschauen, wie sie ein Leben leben, in das du einfach nicht reinpasst. Und es ist so schwer, das auszudrücken. Es ist so schwer, den Finger drauf zu packen, auf eine Sache zu zeigen und zu sagen, ey, das ist es. Und dann hast du halt eine Gesellschaft, die dir halt sagt, nee. Nee. Das stimmt alles nicht. Das bildest du dir ein. Und noch hast du nicht viel verpasst. Ich hatte seit Monaten das Gefühl, dass diese Situation, und das hatten wir letztens schon mal angesprochen, im letzten Stream, in dem ich geheult habe, ist das Thema schon aufgekommen. Da geht es eben um die, um die Zahlen hier auf Twitch. Also das ist jetzt halt einfach ein Beispiel, also, weil es, weil es das eben gut veranschaulicht. da hätten wir wieder diesen Part mit den Taschentüchern, wenn sie tatsächlich jetzt häufiger vor laufender Kamera weint, während sie etwas erzählt, was sie sehr beschäftigt, dann ist das dann doch schon wieder eine berechtigte Frage, ob man sich nicht vielleicht vorher lieber zur Sicherheit die Taschentücher greift. Also von daher nehme ich diese skeptische Bemerkung von vorhin zurück. Als ich das letzte Mal darüber geredet habe, da habe ich gesagt, ich möchte auf Twitch überhaupt gar nicht irgendwie reich werden oder sonst was. Mein Ziel auf Twitch ist es, möglichst viele Leute zu erreichen und aufzuklären. Aber natürlich möchte ich auch davon leben. Natürlich möchte ich das ja als eine Berufsmöglichkeit sehen, mit der ich eben meinen Lebensunterhalt bestreiten kann. Das einmal so hingestellt. Demnach sind mir die Zahlen eigentlich nicht wichtig, aber es stimmt halt nicht, weil die Zahlen auf Twitch sind mir schon wichtig bis zu einem bestimmten Punkt. Also wenn ich an dem Punkt angelangt bin, an dem ich halt davon leben kann, da wird es mir relativ egal sein. Dann wird es aber noch ziemlich lange dauern, bis du irgendwann sagen kannst, die Zahlen sind mir egal, weil das ist nicht... Bis dahin, wir leben im Kapitalismus, ist das halt ein Faktor, den ich immer im Hinterkopf haben muss. Und... Ja, aber wir leben im Kapitalismus. Wenn ich jetzt daran denke, wenn ich jetzt daran denke, ich schaue bei anderen Menschen zu, ich bin ganz viel auf Twitch unterwegs und... Ich habe seit Monaten halt wieder dieses Gefühl, dass alle anderen an mir vorbeiziehen und ihr Leben erfolgreich leben und ich bekomme es einfach nicht mit. Ich werde einfach nicht mitgenommen. Obwohl ich genauso viel Arbeit reinstecke, wenn nicht sogar mehr. Kann sein, dass... Ich frage euch jetzt, weil ich es nicht besser weiß. Ich sehe mir sehr wenig von Amaya an, aber... Das Letzte, was ich so mitbekommen habe, ist, dass sie halt mit Cesandum und Mobsente da irgendwie gemeinsam was zu tun hatten und aufgrund der Tatsache, dass das jetzt war mit Lucy und Cesandum, dass da auch irgendwie Amaya einen mitbekommen hat automatisch. Ist das eine Option? Wäre das... Wäre das nachzuvollziehen? Ich weiß es selber nicht, deswegen frage ich euch. Weil das wäre jetzt so die erste... Der erste Gedanke, der mir so in den Sinn kommt. Ob da jetzt tatsächlich diese Aktion mit Cesandum irgendwie... da was zu tun haben könnte. Na, weil ich meine, sie hat ja Cesandum supported bis dahin. Dass sie dann so halt auch wieder über Kontakt schuld, kennt das ja. Davon sind wir hier in unseren eigenen Reihen ja auch nicht vollkommen befreit, ne? Sie ist selbst Lucy angegangen und hat es zurecht verdient. Stimmt, sie ist ja auch Lucy angegangen. Ja gut, okay. Wir hören mal weiter rein. Ich probiere einfach. Als ich... Hansi, danke schön. Oh, ich glaube, das war eines der letzten Sachen, die ich gehört habe. Als ich das letzte Mal drüber geredet habe, da habe ich gesagt, ne, ich möchte auf Twitch überhaupt gar nicht irgendwie reich werden oder sonst was. Mein Ziel auf Twitch ist es, möglichst viele Leute zu erreichen und aufzuklären. Aber natürlich möchte ich auch davon leben. Ne, das ja als eine Berufsmöglichkeit sehen, mit der ich eben meinen Lebensunterhalt bestreiten kann, ne? Das einmal so hingestellt. Ähm. Demnach sind mir die Zahlen eigentlich nicht wichtig. Aber dann doch schon. Aber stimmt halt nicht, weil die Zahlen auf Twitch sind mir schon wichtig bis zu einem bestimmten Punkt, ne? Also wenn ich an dem Punkt angelangt bin, an dem ich halt davon leben kann, Junge. Ob da wird es mir relativ... Wenn ich jetzt daran denke, ne? Ich schaue bei anderen Menschen zu, ne? Ich bin ganz viel auf Twitch unterwegs. Und... Ja, Junge, dieser Player geht mir manchmal so auf den Sack, ne? Ich habe seit Monaten halt wieder dieses Gefühl. Also im Großen und Ganzen ist sie jetzt wirklich down, weil sie... Weil ihr halt die Viewer und 10.000... 10.000 Euro spendet für eine... Geschlechtsangleichen... Ne, ist keine Geschlechtsangleichenoperation. Die hat sie ja schon. Das ist ein Stimmband-OP. Dass alle anderen an mir vorbeiziehen... Und ihr Leben erfolgreich leben... Und... Ich bekomme es einfach nicht mit. Ich werde einfach nicht mitgenommen. Ja, da war, glaube ich, mal eine Frage wegen Seth von Dom, ne? Wo sie auch selber beteiligt war. Und genauso viel Arbeit reinstecke, wenn nicht sogar mehr als andere. Und als ich das das letzte Mal gesagt habe, ne, da hatte ich... Da hatte ich noch keine Zahlen. Und ich habe gesagt, ey, ich habe das Gefühl, dass das so ist. Und dann war hier eine Person im Chat. Ne, ich werde den Namen nicht nennen, aber ich nenne sie jetzt einfach mal D.Rosi. Ach, sorry. Ich werde den Namen nicht nennen, aber ich nenne ihn trotzdem mal. Ja, es ist... Ihr merkt schon, ich versuche trotzdem so ein bisschen vorsichtig zu sein mit dem, was ich sage. Weil das Problem ist, ich kenne auch sehr viel Kontext nicht. Ne, das, was ich leider von ihr gesehen habe, war, spricht nicht für sie. Einfach Zukunftsängste. Ja, gut, okay, aber ich meine gerade auf Twitch, pass auf, Leute, ich weiß nicht, wer auf Twitch selber streamt, aber Twitch ist halt immer eine Achterbahnfahrt. Immer. Immer. Es kann bergauf gehen. Du kannst sehen, Alter, die Zahlen steigen von Tag zu Tag. Es kommen Subs rein und Donations rein und Bits rein. Und auf einmal, du denkst dir, geil, das Programm mache ich jetzt so weiter. Es läuft dann auf einmal bis... wieder runter. Und du denkst, ich verändere doch nichts. Und währenddessen, während du runterfährst, guckst du zur Seite, weil du, ihr müsst euch vorstellen, es sind mehrere verschiedene Achterbahnen. Ja? Und während du dann so gehst, ist auf einmal dein Nebenüber, der den hier macht. Und du denkst dir, die macht doch viel weniger als ich. Aber ich sinke und falle, während die andere Person steigt. Warum ist das so? Weil du auf Twitch bist. Leute brechen weg, weil Krankheit, Desinteresse, Urlaub, Arbeit, Schule, whatsoever. Ist vollkommen egal. Vielleicht haben sie sich auch ein bisschen satt gesehen an dich und wollen mal ein paar andere Gesichter sehen. Und irgendwann kommen sie halt wieder. Oder halt, du hast eine Phase, wo du durchgehend nur schlechte Themen machst. Oder du hast viel zu viel Pause und zu viele Ausfälle, dass sie sagen, du bist unzuverlässig, da habe ich keinen Bock drauf. Oder, oder, oder. Twitch ist so unstet. Es ist so... Ja, es ist eine Achterbahn. Du kannst dich nicht wirklich auf etwas einstellen. Die mir gesagt hast, nein. Das stimmt nicht. Deine Zahlen sehen genauso aus wie bei allen anderen. Das bildest du dir alles ein. Richtig. Fluktuation ist Fluktuation. Natürlich, wenn du jetzt ein Arsch bist oder wirst, wirst du trotzdem doch deine Leute haben. Aber, sagen wir mal, du bist von einem... Oh, ein ganz krasses Beispiel. Gronkh. Gronkh brauche ich nicht beschreiben. Ihr kennt Gronkh. Und Gronkh entscheidet sich auf einmal ab heute. Ab jetzt. Gestern war noch ein geiler Stream. Ab heute macht er den Test von Doom. Was glaubt ihr, wie schnell da die Leute von Bord springen am Motto, was ist denn jetzt los? Besteht ihr? Am Weg geht eigentlich ihre Kritik. Das finden wir wahrscheinlich noch heraus. Ja, ich habe das versucht in einem mega extremen Beispiel. Wenn du natürlich ein Arsch bist, so ein richtiger Arsch, ein Vollarsch. Aber ich weiß nicht, ob man das hier jetzt feststellen kann. Sie ist schon ab und zu mal grenzüberschreitend. Aber ich weiß nicht, ob das der Grund ist, ne? Und dann habe ich es erst mal ruhen lassen. Nein, Vorsicht ist hier nicht geboten. Sie braucht keinen Arsch drin, um aus ihrer Selbstmitgliedschaft mal rauszukommen. Man muss nicht unverschämt werden. Aber das Ganze sollte man auch nicht verstärkt, indem man zustimmt. Ich stimme nicht zu. Ich stimme nicht zu. Aber ich möchte trotzdem noch respektvoll bleiben, ne? Gronkh, dieser rechte Streamer, ganz genau der. Der ist ja auch scheinbar rechts, ne? Dann habe ich erst mal gedacht, ja, okay. Dann, ne, wenn mir ein weißer Zissmann sagt, ich bilde mir das ein, dann werde ich es mir wahrscheinlich einbilden. Ja. Und das ist, glaube ich, mal einer der Kritikpunkte, warum du auf so viel Kontra stößt. Gewöhnt euch doch mal diese Scheiße ab. Hört auf, irgendwie Leute zu kategorisieren. Ja, Kritik, also das heißt auf übersetzt, okay, nicht valide Kritik kommt nur von weißen Zissmännern. Ja, was erwartest du denn? Du sitzt da und erwartest, indem du weinst, dass die Leute dir zuhören und auf dich zugehen. Und dann gleichzeitig streckst du den Mittelfinger aus. langweilig. Weil, der ist älter und weiser als ich, der hat wahrscheinlich mehr Ahnung. Und du als nicht weißer Zissmann, was befähigt dich dazu, dich über andere Leute zu stellen? Schon mal eine Sekunde daran gedacht, dass du selbstreflektierend mal eventuell an dich arbeiten solltest? Aber ich bin das Gefühl nicht losgeworden. und ich habe mir die Zahlen gestern angeschaut. Ich habe ein bisschen verglichen. Und ich weiß halt nicht, ob es daran liegt, ob ich autistisch bin oder nicht. Ich werde euch, ich werde euch an. Das ist so schwierig, die Schuld, sofern eine überhaupt festzustellen ist, immer von sich wegzudrücken, immer zu sagen, wenn überhaupt jemand schuld ist, dann du, du, du oder du. Das Problem bei Amaya ist, sie schaut nur auf die anderen und will sie kopieren. Langsam, Chat. Und auf Kampf erfolgreich sein, aber niemand will Kopien sehen, sondern Original und die anderen haben irgendwo alle ihr Alleinstellungsmerkmal, wenn es bloß unterhaltsam ist. Aber sie ist wieder unterhaltsam noch, hat sie irgendwie eigenen Content, der interessant ist, meiner Meinung. Okay, dafür sehe ich sie viel zu wenig. Das Einzige, was ich leider mal mitkriege und das ist ja halt so das Bild, was so verzerrt wird, ich kriege immer nur die negativen Takes mit. Da kriegst du wieder alle paar Tage mal so einen Clip von ihr aus mehreren Stunden Stream und dann sagst du, ach ja, die Amaya wieder, ne? Ja, die Amaya wieder. Ich kann mir gar kein richtiges Bild machen. Ich mache mir einfach nur ein Bild aufgrund dieser kurzen Ausschnitte und Eindrücke, die man da hinterlassen bekommt, eigentlich nicht gerecht. Ja? Mal kurz eine Excel-Tabelle zeigen. Eine Excel-Tabelle? Das ist halt einfach, das ist halt die Autistic Experience, die ich habe. Verkörpert in Zahlen. Und da fallen mir zwei Personen auf. Und die Namen dieser zwei Personen sind rosa unterstrichen. Und ihr könnt ja vielleicht mal mutmaßen, woran es bei mir liegt, woran es bei der anderen Person liegt. Schwarz sind die schlechtesten ähm Schwarz sind die schlechtesten Werte. Doch wenn diese Eindrücke sich jedes Mal wiederholen, dann bringt sie die Rechtfertigung mit. Kann man hier irgendwie reinzoomen? Ja, es ist schon sehr auffällig, dass du immer halt wieder von den selben Personen immer solche Sachen kriegst, ne? Das stimmt schon. Was ist das denn? Ja, mit Trey und Amaya. Follows our streamed average viewer active days follows per hour tilted Kietcho Jasmin Lee Tandrock Finesi Lillischote Wer ist das denn? Hä? Swiss Lillisch Ey, da möchte ich gerne mal auf die Okay, Feldi, der Käpt'n Marcuse Baba Chigi Mops Ente Dara Amaya Tremundo Harkon Naitan Klupas Okay Ich mag die Farben Schwarzrock soll das heißen? Ja, es steht aber nicht schwarzrock da steht Zwitzel Weiß ich nicht Das sind die Follows Das sind Zahlen auf die letzten auf das letzte Jahr gesehen auf die letzten 365 Tage Die Follows die Stunden die gestreamt wurden die Average Views die aktiven Tage und Follows die Stunde Und dann habe ich jeweils die drei schlechtesten Werte und die drei besten Werte markiert Die besten sind Gold Da haben wir hier eben Harkon und Naitan Naitan ist auch autistisch Aber ich glaube Naitan können wir nicht zählen weil der eben Unterstützung von vom Kaiser hat Boah Also Mein Nicht- oder noch-nicht-Erfolg lässt sich auf meinen Autismus zurückführen Gut Jetzt hat Naitan einer Ist einer der der am am meisten Follower hat oder ne Auf jeden Fall alles Gold untermalt aber er ist ja halt auch Gott Der Kaiser mit meinen sie den Karl ne Das heißt hier fallen halt einfach so nicht ernst gemeint von mir ein paar Dinge auf ne die Schwarzrocks zum Beispiel Schwarzrocks tatsächlich Aber ich glaube das liegt halt daran dass die Morgens streamen die streamen immer von morgens um sieben bis irgendwie bis um elf zwölf so das ist halt einfach nicht die beste Zeit ich glaube deswegen sind die Zahlen so niedrig Karl wird Kaiser genannt ja das ist das Bedenken und dann erwartet ihr Selbstreflexion von Karl und dann manchmal denke ich der Player ist abgestürzt aber die hört die die sagt einfach nur nichts und die bewegt sich dann auch nicht macht es Sinn sich mit anderen zu vergleichen natürlich natürlich macht es Sinn sich mit anderen zu vergleichen natürlich was ist denn das für eine Frage ich dachte du rückst Pause ja siehst du ich weiß halt nicht woran es liegt das ist jetzt dein Problem okay pass auf der einzige Faktor der mir auffallen würde ist dass es Autismus ist und was hat Trey Mundo ich habe jetzt bei der Pause gemacht okay Amaya hat 1100 Follower sie hat 880 Stunden gestreamt Average Viewers 60 boah das ist aber wirklich viel äh wenig Active Days 190 okay weiß ich nicht irgendwas in meinem Verhalten muss die Leute abstrecken ich kenne Trey Mundo nicht ne weil trans sein ist es nicht ne hier Finesi das ist aber nicht Trey Mundo oder Trey Mundo die Schote Thunder Rock die haben mit mitunter die besten Werte trans sein ist es nicht doch ist er aha trans sein ist es nicht ne ich habe mitunter die wenigsten Follows ja aber Trey Mundo ist doch jetzt POC oder und er hat mit dir zusammen die schlechtesten Zahlen woran liegt das denn ausschließlich weil sie Autistin ist ja durchschnittliche Anzahl gestreamt unterdurchschnittlich ne bis bis schlechteste Average Views schlechteste Follower die Stunde und bin aber genauso im Mittelpunkt also im Durchschnitt der aktiven Tage irgendwas muss die Leute abschrecken während sie keinen Satz in unter zwei Minuten zu Ende bringt Trey Mundo ist merkwürdiger wie gesagt ich habe einmal auf auf Twitter habe ich geschrieben ey yo habt ihr ein Video gefeiert irgendwie sowas in der Richtung bumm geblockt ohne wenn und aber komplett bumm Instablog ich habe mir auf Insta angeschrieben nach dem Motto könntest du mir wenigstens sagen warum ich meine ich verstehe es ist alles vollkommen okay könntest du mir wenigstens sagen warum damit ich Bescheid weiß keine Antwort keine Antwort das ist eine ganz merkwürdige Nummer schwierig ich weiß nicht warum wirklich nicht ich weiß es wirklich nicht ich habe bis heute keine Antwort es läuft übrigens weiter das Video was hat uns das jetzt gesagt was bringt das zu vergleichen Leute ich habe euch gerade gesagt es ist als autistische Person hat man immer das Gefühl außen vor zu sein und ich habe das hier als Beispiel genommen dafür dass es dass sich das in den Zahlen auch widerspiegelt dann ist Trey aber halt weit weniger Base als ich eigentlich gehalten habe dann ist das wieder so eine so eine mega Snowflake für mich ist der Autismus die einzige Antwort darauf und bei Trey könnt ihr ja wahrscheinlich euch auch denken was hier ein Faktor ist Trey hat auch die schlechtesten Average ach weil er schwarz ist deswegen guckt den keiner na guck mal an deswegen ja hat mit am meisten gestreamt und was mit Kirchow der ist nicht autistisch der ist nicht schwarz er hat sehr viele Follows bekommen ja aber er hat auch schlechte Statistiken woran könnte das bei Trey wohl liegen ist das dein Ernst also Rassist wird Trey nicht folgt hey es liegt auch mit Sicherheit nicht an irgendwelchen Inhalten die scheiße sein scheinen nein es ist Autismus und Rassismus das ist jetzt nicht euer Ernst oder ne ich hab mir sagen lassen Trey ist halt innerhalb dieser Community Schrägstrich Bubble die nehmen sich da gegenseitig nicht die Butter vom Brot von daher was auch wahrscheinlich der Grund ist warum er mich wohl gebannt hat oder blockiert hat keine Ahnung sehr schwierig es nervt halt immer immer außen vor zu sein und ich hab das so häufig in meinem Leben dass ich halt einfach das Gefühl hab ich mach genau die gleiche Arbeit oder ich steck sogar viel mehr Mühe rein als andere oh nein mach das nicht ja damit könntest du die potenzielle Freunde echt nochmal vergraulen Trigger halt die Fresse wirklich was 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 warum wow wow natürlich sprichst du mir damit ja Trigger halt die Fresse ich möchte dir dein Gefühl nicht absprechen aber ich denke nicht dass es daran liegt ihr seht mich und jetzt kommt einer der Gründe jetzt pass auf etwas eventuell kann es daran liegen liebe Amaya jetzt pass auf ich möchte das Gefühl hab ich mach genau die gleiche Arbeit oder ich steck sogar viel mehr Mühe rein als andere ja Trigger halt die Fresse wirklich und Nachricht gelöscht natürlich sprichst du mir damit mein Gefühl ab ich weiß nicht warum die Leute mich nicht mögen was du sagst was dagegen er halt die Fresse weggebannt das mit schwarzes Blödsinn schau dir einfach den Streamer das hit in Ego go ich Jesus ich hab dir gerade den Beweis dafür geliefert dass das Gefühl nicht nur ein Gefühl ist sondern stimmt okay sorry mir sagt nö das stimmt überhaupt nicht die nicht nur ihr das krass oder ich verstehe auch nicht warum ich keine Leute habe und nach dem sorry kommt da noch sowas ich widerlicher pisser nach dem sorry hoffentlich kommt noch eine Entschuldigung Entschädigung das hab ich nicht gesagt ah gibt es jetzt eine Diskussion das hab ich nicht gesagt du hast gesagt ich möchte dir dein Gefühl nicht absprechen aber ich denke nicht dass es daran liegt woran liegt es dann sag es mir bitte ich bitte euch ein Gefühl absprechen heißt das was du sagst ist quatsch nein wirklich ich weiß es nicht ich bin ich bin am verzweifeln ich weiß nicht was ich machen soll und auch das wurde jetzt gelöscht oder wie the fuck hab euch gerade die zahlen genannt damit ihr mir das verfüg noch mal nicht absprecht und ihr tut es trotzdem was zur Hölle ist verkehrt mit euch die nach verschwinden automatisch siehst du wie viele Nachrichten hier vorhin waren hier auch oben Nachrichten oder ist das nach einer Zeit dann ist es okay dann sorry ich verstehe ihr chat nicht meine werden nicht gelöscht meine verschwinden da seht ihr das meine ich hier ist halt einfach immer so ja sie hat eine tabelle gemacht ist nach einer Zeit ja okay dann sorry das leben ist unfair ja das leben ist unfair natürlich aber irgendwann hört es auch auf stimme jetzt oder verpiss dich ich meine ich habe so viele Faktoren mit ins Leben bekommen und es ist so schwer es ist so schwer sich nicht zu beschweren ich will mich auch gar nicht beschweren und ich liebe das leben und ich finde es einfach richtig cool ich will mich nicht beschweren sagt sie nachdem sie sich wie lange jetzt 20 minuten beschwert und am weinen ist aber es ist so schwer es ist einfach so schwer und ich stecke so viel Mühe rein und aus irgendeinem Grund funktioniert es halt trotzdem nicht und ich weiß nicht warum ich kann es einfach ich weiß nicht warum schwierig oder schwierig und wenn du vergleichst hast du auch Kontext verglichen Themen Schwerpunkte Programmgestaltung generell also auch Streamingzeiten Dauer des Streams regelmäßig ja deswegen habe ich die Leute in der Liste die ich die ich in der Liste habe das sind alles Leute aus der linken Bubble aus der linken vegan Bubble aus der linken queeren Bubble genau deswegen habe ich die Leute drin das sind alles just Chatting Streamer in die nicht viel Gaming machen oder sonst was es geht noch zwei Minuten oder so eine Minute ja 20 Sekunden die meisten anderen habe ich durch Rates kennengelernt ja aber ich werde nicht geradet also die Leute raiden hier nicht hin ja das ist der Knackpunkt das ist der Knackpunkt damit hat sie quasi sie hätte auch einfach nur sagen können jetzt kurz machen können sie hätte nur sagen können Karl kannst du mich bitte ab und zu raiden die Leute hauen hier keine Gifted Abos raus die Leute hauen hier keine Bits raus um irgendwie Texted Speech zu mimen und dann gucke ich einen Young Feld Salat oder gucke irgendeine andere Streamer in und da regnet das von den Dingern und ich sage das nicht weil ich das Geld haben will sondern ich sage das weil ich ich frage mich was ich anders mache genau das genau das also was mache ich anders und die Leute haben mich nicht in den empfohlenen wenn ich wenn ich wenn ich durchschaue bei den ganzen bei den ganzen StreamerInnen und mir auf die Seite mit StreamerInnen die empfohlen werden da haben wir eben ganz häufig andere Leute ich werde nicht ich bin nicht in der Liste aber macht es jetzt Sinn dich irgendwie in der Liste zu drängeln wir haben gestern ein Raid bekommen von Dara das war richtig cool aber Dara und ich verstehen uns auch echt gut die bewegt sich ich glaube schon dass es mit unten daran liegen kann aber ich glaube dass es als Beispiel für das wie es dir wirklich geht nicht besonders gut geeignet ist dafür die Leute die hier zuschauen die Zahlen eine andere Bedeutung haben als würde ich vielleicht auch aus dem Punkt heraus dass du autistisch bist und Leute hier nicht ja natürlich natürlich ne die bewegt sich aha okay jetzt ist ja äh schade ich hab da aber glaube ich noch was das ist ein zweites Video das war kurz danach immer wie Lexi Lexi hat keine normale Meinung zum Transthema Lexi ist ein Token Lexi ist transfeindlich Lexi ist eine Turf Lexi kann die Fresse halten okay Leute seid ihr bereit ja Lexi ist übrigens unsere Lexi hier unsere Transfrau Lexi hm ja liebe Amaya warum bist du einfach nicht beliebt warum mag man dich einfach nicht gucken ich ich brauche hierzu kein Fazit abgeben wir haben uns das jetzt gemeinsam angeguckt alles alles was ich hätte sagen können das habt ihr schon mehrfach in den chats immer und immer wieder geschrieben es ist Amaya Ich kann eins sagen so wenn du so bleibst wie du jetzt bist wird es einfach nichts da kannst du noch so sehr betteln und 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 Tränen verdrücken so wird das nichts mehr kann ich nicht sagen sympathisch ist jetzt nicht das Wort der Wahl Dankeschön Also sollte ich das hier auf YouTube hochladen liebe Leute könnt mich hier gerne abonnieren Daumen nach oben um Montag bis Samstags von 9 bis 15 Uhr da könnt ihr auch mal ein bisschen paar Donations und Subgifs und so weiter und ein paar Bits und wenn ihr das nicht macht ich finde auch eine Krankheit an der es liegen kann und dann seid ihr aber schuld